Bereit machen, bereit machen, eine Runde noch für euch, Achtung! Achtung, fertig, los! Jetzt habe ich noch Spaß, ja, jetzt ist es aber ein Witz! Da fängt noch seine Käppi runter, ehrlich. Nachdem seine Käppi demonstriert oder so, Alter, wird festgekehrt. So, Ladies, wir haben es geschafft, da sind wir wieder. Geil, Alter, was? Oh, schon besser. Oh! So, genau, schön da unten in die Küste reinlegen, am besten. Deckel auch reinlegen. So. Das ist alles ganz einfach gehalten bei uns. Ja, Alter, Mann. Wo ist das denn? Das ist GoPro sogar. Mein Gott. Ja, genau. Mach mal, dass du dich wegfliegt. Wie bitte? Wie bitte? Ach so. 100% Luxus. Nur ein paar Minuten einfach nichts tun und entspannen. Was meinen Sie, wie kuschelig das gleich für uns? Hahahaha. Gleich geht es los, Leute. Wer noch mit will, holt euch die Fahrschiffs. Was ist denn eigentlich für die Kleine da vorne in der grauen Jogginghose? Was ist denn eigentlich für die Kleine da vorne in der grauen Jogginghose? Du wirst noch genau das richtige Häppchen für die nächste Woche. Oh, und deine Freundin da vorne mit der weißen Tasche? Die ist die Nachspalte. Los, Leute. Gleich beißt man wieder zu. Vielleicht geht es los. Das Monster da oben hat noch Hunger. Wir brauchen noch ein bisschen Pusser. Na, keine Sau, hier stimmt schon. Also, ganz ehrlich zu sein, die letzten fünf Fahrten ist keiner gestorben. Von daher, alles gut. Ja, weg, mach der Leute. Bitte noch mal rüber. Ach, das ist jetzt schön. Dann, 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 dann. Also, fahrt auf eure Haare Füße und eure Köpfe, die ganz nach hinten zurücknehmen. Die Bühne schließen sich dann automatisch und dann schütteln wir euch durch. Macht euch bereit, wir legen los. Okay, let's go. Ja, keine Sorge, Leute, keine Sorge. Wir haben jemanden von den Versicherungsbeamten auch mit dabei. Der wohne auch Nummer 15 mit der Kamera. Nimm das erstmal alles schön auf. Wenn es irgendwas passieren sollte, für die Versicherung wäre da alles bereit. Wunderbar. Wir haben uns erstmal schön geschmeidig im Kreis ein bisschen rumschaukeln und gucken wir mal, was das jetzt in Europa hat. Das ist ja gar nicht so auf der Welt, ne? Okay, Alina! Lass uns los! Schau! 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 Lass uns und fl checking schienen sich zum gemeinsam. Ganzeuir sind gerade eines valorischenей Trainingen. Als man jetzt irgendwo runter Morten und ausp保 policieren Eckel. Barsch das Basi. Lass uns vieles mehr probieren. Rückfär叼. Ich glaube so, trotzdem, wenn man gleich ist. Das ist perfect. bart ein wenig. Körper yapt einen langen Regiebauf. Das ist ein Schilder in der Linie. Der sei doch! Überraschung! 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 Machen Sie, wenn Sie heute sein Zeit für Schau gehen! Der Schilder ist ein Schilder! Ich habe die Hicke für keinen Garten! Ein Schilder ist ein Schilder. Ich bin schon interessiert! Ich bin schon interessiert! Ich bin schon interessiert! Ganz normal, Fängling! Ganz normal! Ja! 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 Das war kein kleiner Schuss, aber was war das denn? Achso, das war der Fall, das tut mir leid. So, die Jungs, die Brede sind gut drauf. Die Jungs hier vorne auch, wollt ihr auch noch mehr? Sehr gut, haltet euch gut fest, Männer. Machen wir es nochmal. Oh, oh, oh. Das ist ja näher. Ihr macht sie in May, Paul. Das ist ja noch nie so, aber ihr wolltet bleiben. Selber Schatz. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR